Du 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 Äh nein! Darauf da! Jetzt reiß ich mal langsam! Oh alter Sommer! Danke! Jetzt hat jeder mal so eine kleine Schussesung! Jaja! Oh, hier geht auch mal die Möscher! Äh, Ruhe! Lohnt sich das für mich? Ich kann es zumindest... Komm, die beiden Fragezeichen können wir uns holen! Die sind nicht gefährlich! Ah! Vielleicht hier belohnt! Ich werde so hart sterben gehen! Alter, ernsthaft? Geht doch! So, jetzt aber Anrede hoch! Und das da unter mir ist, ist mir grad ein bisschen zu... Wie geht's ja so weiter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich hab doch gesagt, ich bin für sowas zu alt! Kloppen mir doch bitte! Ich geh auf meine Rente zu! Oh Gott! Oh Gott! Es geht immer so weiter! Warum können sie Spiele nur durch sowas behaupten? Ich meine, es gibt so viel besseres! Ja, man könnte hier Fahrräder einbauen, man könnte hier... Weiß nicht, irgendwelche modernen Super... Dann gibt's bei drei? Nein! Ich häng ja grad in der Luft umfass... Oh, jetzt! Danke! 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 Oha! Ne, da unten gehen wir definitiv nicht hin! Könnte vergessen! Könnte machen, was ihr wollt! Ist mir egal! Ist mir zu schwer! Wir gehen hier immer schön oben auf den Metall... Äh, hoff, auf den Rollstab! Das können wir uns holen! Das ist... Scheiße! Ich springe einfach rüber! Wow, für ein Taler! Das hat sich ja nicht mal gelernt! Oh Gott, hier geht's hoch! Ach du Kacke! Oh, oh! Die Stelle kenn ich! Ich hab sowas, ich hab's! Ich weiß schon, warum hier vorne direkt diese Glocke ist! Das war doch klar! Aber, das witzige ist, als kleine Frau ist das viel einfacher! Weil das Problem bei diesen Dingern ist... Man stößt, wenn man springt, um an die Kanten an! Und wenn man natürlich kleiner ist, läuft man da weniger Gefahr, um vorhin zu bleiben! Von daher ist das Ziel in dem Sinne... Ach du Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ähm... Ha! Äh... Gut, weißt du was? Wir gehen erstmal nach da! Gehen wir nach da! Nach da! Nein, der kommt runter! Ach doch, tschuldigung! Weißt du was? Mach was du willst, aber lass mir Ruhe! Nein! Halt da! Übrig, wenn unsere Teilemenge oben auf 0 gefallen ist, verlieren wir das gesamte Level! Wird nur um schon mal vorwarnen! Werdet ihr aber eh gleich sehen! Weil, man hat mir mal gesagt, wenn man eine Stelle dreimal verkackt, verkackt man 400 Mal! Ja, verkackt man denn Kack-Kapuze! Geht mir das immer schon auf den Kranz! So, ich geh mal um lang! Ey, ich will nicht mehr! Ja, was macht der da? Der macht sich grad über mich lustig, oder? Oha! Nein! Jetzt! Keine Angst, diese Schneeballe sehen nur aus wie Daisy! Die sind in Wirklichkeit viel, viel böser! Das ist so ne... Oha! 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 Zwerg hostile! Nur weil die rosa sind, dürft ihr euch nie für keine süße WLAN vorstellen sondern wie eine frau nach 3 Jahren eher! Her schlimm literally Kommen wir weg! Đanke! Geronimo! hotsvom volverloos Na los kommt zurück Danke haben wir ja schön verkackt hier, haben wir ja richtig schön hier eingesaut hier haben wir ja na gut in dem sinne schau mit voraus